Hallo Freunde des gepflegten Buchs. Heute die Rezension zu Wir Kassettenkinder. Ein Buch von Stefan Bonner und Anna Weiß. Der Klappentext. Eine Lebenserklärung an die 80er. Heute sind sie legendär, die 80er. Es war ein Jahrzehnt, als wir mit dem Kassettenrekorder Mixtapes aus dem Radio aufnahmen und Dallas Frisuren und Hawaii Hemden trugen. Während dieser Zeit zwischen Bandsalat und Neue Deutsche Welle, Indiana Jones und Ypsheft, Atomwaffen und Ententanz aufwuchsen, erlebte ein epochales, seltsam, unbekümmertes, oft albernes Jahrzehnt, in dem alle trotz des drohenden Weltuntergangs durch sauren Regen und kalten Krieg den Eindruck einer lustig bunten Zeit hatten. Und irgendwie fing irgendwann in jener Zeit die Zukunft an. Mit einem Augenzwinkern schauen Stefan Bonner und Anna Weiß, selbst Kinder der 80er, zurück in das Jahrzehnt, das uns prägte wie kein anderes. Meine persönliche Rezension. Puh, ein Buch über die 80er, eines meiner liebsten Jahrzehnte, zumal ich ja auch in der Zeit groß geworden bin, kann ich mich doch an verschiedene Diskussionen und Ereignisse erinnern. Stefan Bonner und Anna Weiß schaffen es, mit mir bestimmte Dinge einfach noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. Ich habe mich dabei erwischt, wie ich mich fragte, wie war das eigentlich bei mir? Wie war es eigentlich für mich, als in Tschernobyl der Reaktor geschmolzen ist? Wie sind da meine Erinnerungen? Oder wie war das nochmal mit den Mixtapes? Bei welchen Sendungen habe ich immer aufgenommen? Und welchen Moderator fand ich damals am besten? Oder wo liegt eigentlich mein Pali? Ich muss sagen, ich habe ihn sogar gleich gefunden. Das Buch hat mir so einiges an in die Erinnerung zurückgerufen. Es war nicht immer alles positiv, aber doch vieles. Es war einfach wieder präsent und hat mir mein liebstes Jahrzehnt wieder etwas näher gebracht. Und was soll ich sagen, das Buch hat mir sogar irgendwie erklärt, warum ich auch heute es noch liebe, mir ein Colt für alle Fälle anzusehen. Auch wenn die Stunts und der Schnitt etc. im Gegensatz zu heute eher plump sind. Oder irgendwie sehne ich mich nach den Morgen in der Schule, wo wir Jungs dastanden und uns über die genialsten Szenen des Abends vorher unterhalten haben. Manchmal vermisse ich den Zeitpunkt, wo das Testbild auf meinem Fernseher erschienen ist. Ich erwische mich, wenn ich noch immer Morenkopf oder Negerkuss zu einem Schokokuss sage. Und ihr werdet es nicht glauben, ich musste gerade wirklich googeln, wie man heute zu Morenkopf sagt. Zu sehr ist das noch immer in meinem Kopf verankert. Und ich empfinde das weder rassistisch noch sonst irgendwie wertend. Das hieß einfach so und ist es auch heute noch für mich. Ich mache mir auch bei einem Zigeunerschnitzel keinen Kopf. Für mich bleibt es einfach so. Sorry, da bin ich einfach zu alt für. Bei dem Thema Computer und die 80er, da hätte ich noch einiges dazuschreiben oder sagen können, was nicht unbedingt jeder weiß, da mich mein Vater für solche Dinge doch schon früh begeistert hat. Aber irgendwie war ich doch sehr viel auch draußen. Und ich habe mich nicht, wie es heute oft ist, tagelang vor der Kiste versteckt. Auch kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir kein WhatsApp oder sonstiges gebraucht haben, um uns zu verabreden. Nein, wir sind einfach raus und man wusste einfach, wo man sich trifft. Die beiden Autoren haben es zumindest geschafft, bei mir meine Erinnerung an das genialste Jahrzehnt aller Zeiten hervorzurufen und dann auch noch einige Punkte einmal zu hinterfragen. Mit diesen Gedanken und wie war es nun bei mir? Wo war ich eigentlich am 9.11.1989? Wie habe ich auf das Waldsterben reagiert oder wann kam es mir ins Bewusstsein? Dies sind alles solche Fragen, die ich für mich langsam beantwortete, als ich dieses Buch gelesen habe. Wir Kassettenkinder ist aber, glaube ich, ein Buch, welches auch gerne Menschen lesen sollten, die diese Zeit nicht erlebt haben. Vielleicht um die Eltern oder die noch ältere Generation ein wenig besser zu verstehen. Wobei man Kassettenkinder ganz einfach versteht. Wenn man ihnen einen Mix aus den 80ern vorspielt, gibt es irgendwann einen Leuchten in den Augen und jeder von uns hat dann eine bestimmte Erinnerung vor Augen. Und wenn man dann fragt, was los ist, bekommt man sicherlich einen Schwank aus der Jugend erzählt. Man muss nur einmal fragen und vielleicht versteht man dann, wenn man dieses Buch gelesen hat, warum für die 40 plus Generation so ein tolles und wahrscheinlich das beste Jahrzehnt ihres Lebens gewesen ist. Erschienen ist das Buch im Trömer Genauer Verlag und kann, auch wenn es schon etwas älter ist, noch überall in jeder gängigen Buchhandlung bezogen werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und beim Kennenlernen der 80er.